Willkommen zurück zu Space Marine, diesmal etwas konzentrierter bei der Arbeit. Ja, nach der unglaublich extra langen Folge gerade eben. Ja. Ich habe mich dermaßen in der Zeit geirrt. Hey! Jawoll! Ja, alles gesagt, genau, die... Aber diesmal... Ja, die sehen aber auch ähnlich aus. Nein... Also... Vielleicht ist mein Blick auch schon geübt, weil ich das schon auf das durchgespielt habe. Also ich habe jetzt echt gedacht, das wären die noch mehr von unseren und nicht von denen. Und dann war es halt nicht so und dann... ...war ich halt tot. Gibt's da was? Gibt's da was? Nee, aber da interessiert trotzdem mehr, wie das aussieht. Da stehen die wahrscheinlich einfach so... ...dran? ...drin? Obendran müsste eigentlich oder so ein schwerer Bolter sein, aber es ist nicht immer so. Da kannst du dich aber dran stellen, da ist nämlich kein schwerer Bolter, das ist eine Autokanone! Und die haut auch fies rein. Das ist in der Tat eine Autokanone von der Imperial Armee. Ein flugier Vieh! Overheated! Das ging schneller! Ja! Noch ein flugier Vieh! Merkt man so ein bisschen, sie schicke noch mal alles drin, was er hat. Ja! An Kulisse, an... Ja! An Kulisse, an... An Kulisse, Captain! Container Chaos ready! Entstanden! So, Black Templer haben wir allerdings keinen gesehen im Zert. Ähm... ...bekommen aber noch zu sehen im... ...Endvideo. Ah, cool! Vier! Thunderhawk ready for transport, Captain Titus! I will need all your skill, Pilot! I will take you into the Eye of Terror, if you ask it, Captain! The orbital spire will do for today, Mother! The Eye of Terror, ah... ...Auge des... Näh, des Chaos... Schreckens? Genau, dieser... Auge des Schreckens, genau! Der... Große, große Warpwirbel. In dem Abadon, der Verschlinger, herrschen soll. Herrscht! Und jetzt die Flugszene. ... leh... 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 leh! ...ok, dann nicht. Ich will gar nicht wissen was mit welchen Problemen der Typ zu kämpfen hat. An... eh... ...ah dieses Mal hat er sogar Waffen dabei. Jaaa! Schau an, man lernt dazu. Oh ja! Und jetzt... ...kloppen wir ein paar Verräter. Das kann ich nicht, Captain. Nein, Brubber. Wir haben unsere Forzen und bringen die Führung zu den Fehlern. Das ist die Begegnung. Ja, Sir. Hint. Down. Never off. Da ist auch noch was, aber da gibt es nichts? Nein, das ist nur so ein Kukitator oder so. Da hinten, da unten gibt es ein paar Leute, die wollen dich kennenlernen. Wie war das? Baseflick. Ah, okay. Da leuchtet was. Das stand ja auch auf die Entfernung. Na. Dang it. Ich dachte, das fliegt, äh, länger. Naja, es ist kein wirkliches Spurmodul, mit dem man halt auch fliegen könnte. Ah, okay. Souverän in den Abkommen. Gewusst wie eben. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Egal. Auf ein neues. Diesmal näher zum... ...Droppunkt. ...Wie Schlachtvieh. Ja. ...Wie Schlachtvieh? Tum. Wie Schlachtvieh. Ja. Die Dämonen heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Da hoch, wo du gerade eben bist. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Da hat sich aber einer Gedanken gemacht. Wie krieg ich dich? Naja, er ist tot. Okay. So, jetzt aber erstmal rennen. Du musst halt lange Leertaste gedrückt halten, dann fliegst du auch. Oder so lange wie möglich. Naja, ich hatte es eben so lange gedrückt, aber er ging trotzdem runter. Naja, der Treppe folgen. Naja, ich bin jetzt voll. Also, den Treppenabsatz folgen. Ja, okay. Diese Madness wird mich nicht stoppen. Und niemand wird dich. Erstmal zu bochen, kaputt. Zack. Umgedreht. Sehr schön. Ist ja wo war er. Da war doch gerade eben so. Ja, ja wo da auch. Komm her. Stiefel. Puff. Großer Verüggchen. Captain Titus ist so imbar. Er macht einen Stiefelkreis alleine. Ich glaube bloß nach links. Ahja. Oh, etwas zu weit. Egal. Ja, die Renegades, die äh... Da platzt ihn einfach die Hose und dann sterben sie. Der platzt ihn. Tja, ein bitteres Los. Ist hier noch was? Hier gibt es bestimmt bei den... Bei den Sprungstellen kann man bestimmt... Jedes Mal denke ich mir irgendwo ist er, aber ich habe noch nie wirklich nachgeschaut. Was? Wie da unten kommst du her? Bist so außen rum. Ah ok, gut. Alles klar. Ah, schick. Foliert? Ja. Marmor? Scheinbar voll. Also irgendwas in die Richtung halt. Ah, die Dinger fallen nie. Die Granaten sind härter im Nehmen. Ja. Uh oh. Ah ok, das sind nur die. Die Dac-dac-dac-dac-dac-danginit. Ich habe schon fast gedacht, da wäre eine Spalt dazwischen. Und du hättest sie genau getraut. Das wäre ärgerlich. Ist auch immer gut hier. Was macht ihr in der Zwischenzeit? Just hanging around with my butts. Okay, der hinten weiß schon, dass ich da bin. Hier kam bestimmt super WM-Shop. Oh, ist sogar ein richtiger dabei. Ah, okay. Stimmt, ich habe hier einen Hammer. Wuhuhuhuhuhu. Ich blöse befeuern. Dafür will ich da nicht ins Gesicht. Aber jetzt habe ich den einen Typ vergessen. Ja, der ist nicht so wichtig. Kurz in Deckung. Awesomeness, bitte. Wir brauchen ein bisschen... ...dann... Inspiration. Erstmal die Pappnasen. Wegpappen. Rechtzeitig zur Miene wieder da. Ja, nimmst halt alles mit. Tja! Nein! Ach, schade. Das hätte ich mir jetzt eigentlich schon gewinnt. Wenn es irgendwie... ...ein Endkampf mit dem Ding irgendwo ist. So... Ja... Hm... Dang it! Ah, Mann. So, ich glaube dann hole ich auch besser wieder eine andere Waffe, oder? Ja... Aber ich kriege die Laserkannen nicht mehr, oder? Doch, die haste. Immer noch. Hab ich noch? Ja, konntest du nur nicht benutzen. Ich überlege gerade, aber eigentlich läuft die Folge noch nicht lange. Mach noch weiter. Vielleicht machen wir auch das jetzt einfach die letzte Folge. Okay. Achja, er hier. Den hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Ja, ich hätte ihn jetzt auch nicht erwartet, weil... Ich dachte jetzt Empore, epische Cutscene und äh... Nee, noch er und dann... Eine Cutscene aber und dann noch ein Kampf und dann noch eine epische Cutscene und dann Endkampf. So ungefähr. Das hier immer alle so wegpupsen. Nein, sie sind äh... Es mögen Chaos-Leute sein, aber sie sind sehr rücksichtsvoll der Umwelt gegenüber. Sie verpuffen, wenn sie sterben. Kein Schrott. Ging's auf Sicherweg? Ja, ist glaube ich egal. Was ist hier unten eigentlich so? Trümmer. Heftig riesig. Wie immer. Das New Objective ist immer noch dasselbe wie vorher. Mhm. Erinnerung. Ach, da kommen wir... Vielleicht habe ich auch noch ein paar Kämpfe vergessen zwischendurch, aber... Es kann nicht mehr so ewig weit sein. Hat der es gewusst oder hat der es gewusst? Der saß in deinem kleinen klumpischen Schweinzau. Ah, ich kann... OHHHHHHHHH! Okay. Demon wall of death. Ich erwarte eigentlich jeden Moment die Granate, die da angekollert kommt. Ach Quatsch. Ach Quatsch. Von Arsch. Aber die ist auf der anderen Seite. Hab ich jetzt den Typen eigentlich erwischt? Ja, ja, der ist tot. Na komm, Sniper! Gib ihm Halt! Ja, hätte ich gern, aber... Du hattest volle Rüstung. Das war der coole, fiese Schlagflug, ich gemeint hatte. Ja, das ist nur einer, jetzt krieg ich dich wohl rein. Ja, das ist nur einer, du hast die Großteil des Turfs zusammengeschlagen. Mir fällt grad auf, mit nem Sprungmodul hättest du noch... Ja, mit nem Sprungmodul, da müssen wir nix erzählen, was ich mit nem Sprungmodul alles könnte. But out of fuel! Was sind das für Sturmarines, wenn die all 3 Meter Nordhango müsse, ey? Nur mal nachgeguckt, ist das auch wirklich ne Granate? Sieht echt aus. Ah ok, das sind nur solche. Ich glaub, da kommt doch irgendwo ein Spasmary. Ein Chaos Spice-Marine. Die sagen Space. Also mehr Space als Spice, wie die Arcs. Ja, das ist nicht so Spice. God damn an Orcs! Wo ist der andere rein? Ich glaub, da hat sich hier noch ne Kiste verdrückt oder so. Ich glaub, da hat sich hier noch ne Kiste verdrückt oder so. Ich kenn's zwar nicht, aber so schnell... Ich hab keine Ahnung, was der Hassel ist, aber es passt dazu. Ja, macht er einen auf den Klick da, von Nott und Dank. Ja, bitteschön, ähm Muni. Käpt'n Trief Auge. Haaa! Ich glaub, du musst eh den epischen Fahrstuhlknopf drücken, bevor es losgeht. Achso. Ja, das ist nämlich der epische Fahrstuhl. Dann beenden wir hier die vorletzte Folge. Okay. Gleich der katastrophale Endkampf. Äh, hoffentlich nicht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao!